Ja, ich hoffe, es funktioniert diesmal. Ich muss das ganze Spiel wieder zurückspielen, aber Flaps trotzdem nicht aufnehmen und ich guck mal ganz kurz. Jetzt nimmt er es auf. Wunderbar. Ähm, ja, deswegen bin ich ein Biden-Game weniger, weil ich meinte, ich werde größte in Midi machen, aber das war leider Gottes ein Fehlschlag nach Ulster-Kajöte. Aber da wird. Wir machen jetzt einfach mal so weiter, bis ich jetzt auch nicht wüsste kann. Also ich tun mal so, dass ich sterbe. Wir müssen uns wieder zurück. Leider war ich nämlich jetzt die Städte, was jetzt kommt und so alles. Naja, ihr habt nicht viel verpasst, außer eine verpackte Städte. Die Straße wieder aufgeführt. Hallo, Gegner! Noch heute nicht gespoilert. Ich wollte ja nie gut sehen, aber egal. Ja, komm, geh Kopf ab. Sehr. Hat mir diesmal nix getroppt, oder wie? Oh yeah, das sieht auch sehr schön aus. Oh, jetzt sieht das lecker aus. Oh ja, auf jeden Fall. Hm, yummy, yummy. Yummy, yummy, in my tummy, oder irgendwie so, wie das geht. Gerade, dass du nicht getroppt hast. Schade, schade. So, wir müssen jetzt da lang, wunderbar. So, wunderbar. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine wollte irgendwo da drin sein. Okay. Ich trau den Brotten hier nicht. Ich kann hier abspeichern, ne? Ja, ja, mal aufzuladen, bitte. Ich möchte kurz mal abspeichern. Vielen Dank. Deswegen ist auch der dritte Spielstand hier. Aber na gut, ähm, was ich mal testen wollte, ist, kann man ganz zurückgehen. Also richtig, richtig zurückgehen. Also ganz, 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 ganz zurück zu Anfang. Ja, ne, ja, okay. Schade. Schade, 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 schade. Ich dachte mir, ich konnte mir das zu Anfang da, weil da noch ein paar Altebs waren. Aber na gut. Hätte nicht sollen sein, hätte ich überhaupt nicht denken können, aber egal. Hallo, ich habe dich schon gesehen, ich habe dich schon gesehen. Nein, ich hab dich nicht gesehen... Na gut, dann hab ich dich nicht gesehen. So, da wollen wir hin, da runter, wunderbar. Somit ist der Fahrt schon auch offen. Nein. Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lager und verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Okay. Komm schon rein. Okay. Ich hab was gedrückt. Oh, ey. Ich hatte was gedrückt. Ich hatte was gedrückt. Das mal. Okay. Ja gut, egal. Ähm. Ja. Der wichtige Weg, ja. Bam. Oh Gott. So. Okay. Und da ist auch alles sehr oft gemacht. Wunderbar. Nein. Hätte ja drauf ziehen können, dass sie es fortieren, aber warum hat's das nicht getan? Ich hab keine Ahnung, weil ich das nicht sehe. Ganz gut. Aber richtig gut. Ja, jetzt super, super Pfeifmusik nachher zu. Na wohl, wir müssen ja jetzt deinen Namen an. Egal. Wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Die gruselig oder so. Das ist alles weg. Alles weg ist. Das ist alles weg. fahrschule sie mich sehr lustig nein nein das sieht mir so ein gegner aus der gleiche aufsteht und ein spiel war es ja da war es an ich habe keine ahnung wir hätten geschießt auf schön mal im rück zu verballern wunderbar das war ein euro spiel und was nehmen wir jetzt auf jeden fall da war nix gewesen so nühe scheiße auch die schaden geht da wirklich ja ich glaube ich dass wir das mal machen nein aufladen den text noch wer er da lassen und ich gucke mal ganz kurz noch weiter auf ja es wird weiter auf der war deswegen ist es für mich ein bisschen nervig aber für euch ist es auch ein bisschen nervig wenn ich hier alle zehn bis zehn sekunden nachgucken ich werde das nicht vorlesen aber ihr könnt es mal kurz lesen wenn nicht dann drückt einfach mal pause und dann liest du das erst mal durch so das war's weiter geht's und ich muss ja auch sie mussten lernen sein ja das spieler das ist aber nicht mehr oder verschwenden leckte posten und so alles weiter und so fort ja in der tat sind wir haben ein bisschen intelligenz erlernt aber na gut wie war auch noch was die weg klein nehmen und nicht munter aber irgendwie habe ich das gefühl kennt ihr habt ihr manchmal auch das gefühl wird der horrorspiele spielte und so was hat und so eine solche zu zur weile rohre gehen das wird stimmen aber ihr denkt wirklich es ist noch irgendjemand hier und wenn irgendwann einer noch hier ist dann erschreckt man sich so dermaßen aber egal ich habe so viele kleine folge weil es mir eigentlich egal ist weil ich die stelle schon kennen ja wo ich muss dabei haben wir hier weg war und da bräuchte ich mal hilfe also wo man am besten was da abwenden kann also nur die nur leute die wissen wie das wieder spielen sollte ich möchte den lassen in schaden ja ja und in kapazität ab da könnt ihr mal mit mir ein bisschen helfen wenn ihr wollt wenn nicht ist es auch in ordnung da ich auch selbst machen kann und so alles weiter und so fort das ruhig war einer ruhig war noch nicht fertig das hat eigentlich die schaßen damit wird ihr dauern zwei Punkte erhöht das hat energie in 20 20 ja schlecht ich spiele dann aber ich glaube nicht dass es viele energie und nein kaufen möchte ich das auch nicht ich bringe die kapine zur monoway steuerung und setz sie in den prozessor ein dann ist das monoway wirst du mir auch noch ja renn weg renn weg durch meine macht des keine ahnung irgendwie hinten und ich dich nicht irgendwie schaden haben ja komm doch mal her ja ich sehe dich doch ja ich wollte schon sagen du hast mir Mut zugeben ich bin so ein und ist so ein verschwender recht momentan ich bin so ein ich bin so ein und hoffentlich nicht zu sagen das weis ich auch grad selbst aber na gut aber es muss doch irgendeiner noch da sagen wenn ich ist das spiel richtig keine ahnung was haben wir denn hier schönes was haben wir denn hier schönes Das Teil war mir noch ab. Wunderbar. Wunderbar. Alter. Ich rags noch weiter auf. Ein Herz, ne? Weiter auf, gut. Äh, ja. Wunderbar, was mir noch mal ist. Wunderbar, bitte. Ich habe bestimmt irgendwelche Paragraphen. Ich habe schon übersehen, aber noch gut. Ich traue mich gerade. Sag mal, wie viele Schüsse hätte der ausgehalten, bitte? Ja und ja, ich kenne mich auch schon. Ich nehme mich richtig gut aus. Machst mir keine Angst, die Jagd. Nein, nein. Wurde auf unten? Okay. Gut. Ähm. Mal kurz abspeichern. Und ja. Was haben wir in dieser Folge gelernt? Ja, ich habe so viel Müll zu verschwindet. Und ich dachte, ich wäre der Größte. Der Größte. Na gut. Ähm. Ich glaube, ich habe ein Medipack da halten lassen. Ne, mit. Äh. Na gut. Ähm. Man sieht sich zunächst wieder in Dead Space. Bis dahin.